Hallo, wir sind heute bei unserem Kunden in Bibergemünd, der von uns eine neue Haustür bekommt. Er bekommt diese Haustür zum einen über unser Förderportal, über die holz-sinsel.renovierungszuschuss.de mit 15% gefördert und hat auch an unserer Aktion teilgenommen. Er hat sich für eine neue Haustür entschieden, weil er entsprechend eine höhere Sicherheit möchte, ihm die Tür optisch nicht mehr gefällt und aktuell die Möglichkeit hat, diese Tür über unser Förderportal gefördert zu bekommen. Wie das aussieht, zeigen wir euch in unserem nächsten Video. So, hallo, meine Mitarbeiter, die Holz-insel-Montageprofis sind fertig. Ein echt starkes Ergebnis. Wie ihr seht, ist überhaupt nichts kaputt gegangen. Wir haben die alte Tür nach innen rausgenommen, die neue Tür von innen drangesetzt, gleich vernünftig abgedichtet. Der Kunde hat jetzt hier eine sichere, eine wärmegedämmte, eine vernünftige Haustür von uns bekommen. Wenn ihr sowas sucht, kommt mal zum Holz-insel vorbei. Wir haben sowas. Bessen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.